so wir reagieren jetzt auf erkenne den neue folge von name sky erkenne den synchron speicher mit sammy de la rue und ich wollte ostern sagen erkenne den guckste ja ja ich guck alles von denen kann man sich geben auf jeden fall jetzt seit drei wochen kam nichts mehr drei wochen ja ja habe ich gesehen ich bin gespannt was uns jetzt erwartet digga komm überraschend alle ich habe echt ältere leute erwartet ich auch erwartet den aller aus wie sieben alle das hat also vom äußeren ich würde jetzt auf hinten links vielleicht tippen hinten links sieht so am reifesten aus der mitte bruder mit kopftunke meinst du ja von irgendwo kenne ich dich auch oder vielleicht auch so leute auf tik tok die so stimmen ja ja safe ich bin so gespannt auf deren stimmen auch sehr sehr die erste person redet jetzt so männliche stimmen deswegen würde ich sagen schnapp mal gar nichts rum sondern die erste von rechts kann sich aber vorstellen bitte ich bin nisa 21 jahre alt und synchronsprecherin krank hast stimmbruch ist das deine richtige oder verstellst du die gerade ich habe kurze stimmbänder deswegen ist meine stimme so alles gut also das hängt mit meiner schilddrüse zusammen und in der pubertät hat sich meine stimme dann nicht weiterentwickelt und deswegen klingt sie so hell voll interessant ja voll die besondere stimme und wo wo setzt die stimme ein dass du jetzt synchron sprechen müssen also meistens für kinderrollen oder halt auch in anime oder videospielen zum beispiel auf crunchyroll like chorus recoil da habe ich die rolle erika gesprochen oder auch in einigen videospielen zum beispiel justice in unity da spricht auch vincent fellow mit der sprecher was sagt und ich frage mich ob sie die stimme gerade verstellt oder ob sie das kommt mir schon ein bisschen komisch ich versuche ich jetzt schon in der es gibt es nicht du spielst die kinderrolle mit dieser stimme ja oder anderen stimmen also je nachdem was halt auch andere stimmen noch machen ja klar das ding ist halt auch ihr seid gerade so ballon aufpusten und sonst was ich wurde halt früher wegen meiner stimme gemobbt okay so tut mir leid da müssen wir da müssen wir echt müssen weil wir letzten auch mit karsten stark gedreht ich nehme alles zurück du musst verstehen du könntest uns ja auch anlügen und wir versuchen halt mit diesen fragen irgendwie ans Ziel zu kommen aber das ist nicht irgendwie verletzendes oder sonst was okay das ist so das perfekte format für savi der kann alles an ironie raushauen jeden witz der welt bringt aber bruder das ist ausschlagkriterium das ist perfekt für den aber so kinderrolle so weil alles gut also das ist halt auch wie soll ich sagen diese erfahrung hat mich gestärkt wenn ich das so sagen kann halt früher habe ich meine stimme als etwas sehr negatives assoziiert und immer wieder haben mir leute gesagt wieso klingst du so und sonst was und sogar meine tanze hat gesagt also zu meinen eltern hinter meinem rücken schickt die mal zu einem hals nasen ohren arzt sie soll mal training bekommen die kann doch nicht ihr ganzes leben so klingen und sonst was ja das hat ziemlich viel mit mir gemacht aber letztendlich habe ich dann auf die harte tour gelernt hey ist doch egal was die anderen sagen letztendlich kommt es darauf an was du über dich selber denkst so habe ich mich halt lieben gelernt und meine stimmen gehört zu mir und ich bin stolz krass die hört sich so süß an ich schwöre auf kann die redet so süß junge entspann dich doch mal willst du instagram am ende des videos schreiben sie mal rein bruder schreib mir ach die schreibt dir jetzt auch so genau ich schreibe niemals bruder niemals jetzt setzt du deine stimme ja für was sehr sehr gutes ein ja eben jetzt sehe ich meine stimme als stärke genau verdienst du so deinen lebensunterhalt ja aber das hat schon viel weiter früher angefangen halt dadurch dass ich gemobbt wurde und dann halt als kind habe ich zum beispiel inu yasha geschaut und dann den charakter shippo dann habe ich den gehört und habe mir damit auch immer wieder mut gemacht und mir gesagt hey egal was die anderen sagen guck mal der da klingt doch genauso wie ich und das hat mir so viel kraft gegeben dass ich mir dann auch gewünscht habe hey das will ich auch später machen ich will für andere so ein hoffnungsschimmer sein dass egal wer du bist wo du herkommst es gibt immer leute die dich verstehen und so was ich mir gerade noch frage losgarten selbst wenn die es nicht ist dann hat die echten herz aus gold bruder ja wo man kommt auf jeden fall sehr sympathisch haben am land bereich sei du mal leise ich meine die solche nummer klären oder okay ihr habt eine mission ihr habt eine mission für kennen ihr wisst ganz genau welche mission ihr habt ich muss gar nichts sagen ich habe ich habe einen job jetzt ich weiß dass sehr viele gerade lachen wegen ihrer stimme ich das er hat sich schon gefunden bruder er hat schon ihre instagram schreibt schnell schnell schreiben oder merkt ihr komm ich mag hier die hier so diese was laberst du oder für später bruder für später niemals für nach stream nein 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 gesagt du hast was für hast du mal ein placement für ganz schön becker gibt es da überhaupt also wie machst du da die stimmen soll ich mal was sprechen ja okay dem schicksal als solches kann man weder enttrennen noch kann man es leugnen du kannst dich ihm nur beugen das hört sich voll krass an das hört gut an ja ich weiß halt nur nicht ob es auf genium impact deutsche stimmen gibt das problem ist oder am anfang habe ich gedacht die ist nicht aber die selbstbewusst bruder ja übertrieben auch ausstrahlung ist übertrieben krass weil kummer eigentlich die leute sind immer hier aufgeregt aber dieses bruder die selbstbewusst ja weiß was das gute auch an ihr ist also entweder ist es wirklich die also das ist ja die wirkliche stimme und die lässt sich nicht aus der fassung bringen also selbst als sammy gesagt hat dass du dass die hätte gesagt ich wurde gemobbt aber das hat viele würden sich dadurch getriggert fühlen ich wurde gemobbt dadurch da kommen die alten gedanken wo das hat die gar nicht juckt jetzt ihre rolle ich bin so krass auf die auflösung das ding ist so ich will jetzt nichts falsches sagen aber bros und diese aussage ja ich wurde deswegen gemobbt damals und so weiter das ist so also wenn das gelogen ist dann ist das taktisch einfach so schlau weil dadurch machst du die jury direkt moment und geht die sagen gar nichts mehr dagegen weil die wollen nichts falsches die auch ein bisschen ein jaja die wollen nichts mehr falsches sagen weißt du so ob das jetzt die echte stimme ist oder vielleicht ist es ja ihre echte stimme aber sie ist gar keine synchronsprecherin kann ja auch sein ja gut ich würde die nächste gerne hören würde ich auch sagen dann danke erst mal dann würde ich vorschlagen machen wir erstmal mit der nix es wäre wirklich sehr sehr nett wenn ihr die leute die hier reinschreiben wer es ist vielleicht die nachrichten lösch bruder damit wir es nicht sehen so das wäre sehr sehr nett von euch ich küss eure herzen weiter hey leute ich bin maram 22 jahre alt und bin seit knapp zwei jahren synchronsprecherin oder so hört meine kindheit an aber so redest du ja nicht wirklich du hast jetzt verstehe so rede ich wirklich wo wo setzt du deine stimme ein ich habe erst mal angefangen mit so audiobooks und so aufnehmen ich wurde tatsächlich auch tik tok entdeckt deswegen ganz wichtig ganz witzig dass du das erwähnt hast also diese challenges mitgemacht immer diese synchronsprecher challenges ich kenne die ich hatte mal als ich mal auf tik tok live war 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 die mal in meinem live stream mit mir zusammen da haben die auch mal so was gemacht und ist das weiß ich nicht aber die kann das auf jeden fall sehr gut ob die das jetzt beruflich macht weiß ich nicht aber ich kenne die auch ich war mir mit der live und dann hat mich eine agentur angeschrieben aus hamburg ja seitdem mache ich so ein paar jobs nebenbei bzw jetzt mittlerweile hauptberuflich mal audiobooks dann irgendwann so im werbebereich war ich dann tätig ich habe dann so werbung gesprochen für youtube aber auch fürs radio dann aber auch ein bisschen auf netflix habe ich da auch ein paar rollen übernommen kannst du mal so eine werbung sprechen ich habe eine auf englisch kennt ihr best fiend oder kannst du mal was spontanes machen was spontan ist natürlich das neue smartphone x ich gebe dir was ja das kann ich ja verdammte scheiße man jetzt kauft ihr das verdammte handy man wenn die stimme noch da wäre oder raucherlung alles gut oder verdammte scheiße man jetzt kauft das verdammte handy johnny das ist verdammt geil mann das kann ich auch die maul rein mann ja na klarko sehen wir gehen wir reinkommen mit dem fenster ich glaube der wird wirklich das Du kennst doch bestimmt Side-Jeans, oder? Side-Jeans? Natürlich kenn ich das! Was denkst du denn? Die coolste Marke, Mann! Hölle, nicht schlecht, Hölle. Nichts krass, Bruder. Aber du hörst dich an wie so ein Bruder aus der Bronx, weißt du? Hast du irgendwas gemacht, irgendeine Person synchronisiert, die man kennt? Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich hab jetzt auf Netflix zum Beispiel Emily in Paris... Weißt du, was interessant wäre? Eine interessante Frage. Wo bewirbst du dich? Wie bewirbst du dich? Bewerben sich da auch andere? Wie ist das Kriterium? Was musst du erfüllen? Weil wenn wir drei uns jetzt bewerben, wie ist das mit dem Dingens? Wer kriegt dann die Rolle? Jeder muss eine Rolle spielen, ja, aber worauf achtet man? Das ist interessant zu wissen, ob die das erklären können. So. In Paris gibt es ja die Serie, da habe ich jetzt eine Nebenrolle gespielt. Julian heißt sie. Aber sonst auch Raus aus der Hölle, das ist so ein koreanisches Dating-Format. Da habe ich zum Beispiel auch eine gespielt. Ja, Dating? Ja, natürlich. Mein Name ist Maram Haram. Nicht ohne Grund. Boah, alle. Ich glaube, an der Stelle können wir switchen alle, oder? Ich frag mich noch, du verdienst damit ja deinen Lebensunterhalt, richtig? Mittlerweile, ja. Was verdient man denn da so pro Rolle? Boah, das ist immer unterschiedlich. Wenn das jetzt so kürzere Werbespots sind, ist das jetzt weniger als jetzt für eine Rolle für Netflix, wo du halt immer wieder gerufen wirst für jede Folge. Kannst du mal so eine Zahl auf den Tisch hauen? Weil wir haben ja gar keine Vorstellung davon. Auf den Tisch hauen? Ja, so für einen Werbespot in der Regel, wenn das so ein kurzer ist, so 300 Euro. Okay. Für wie viel Sekunden 300 Euro? So 15 Sekunden. Manchmal macht man das auch nicht allein. Bruder, die verdient in 15 Sekunden 300 Euro. Was laberst du? Schmeckt. Schmeckt. Nein, was heißt in 15 Sekunden? Sie muss es wahrscheinlich öfter einsprechen, sie muss es wahrscheinlich lernen, wie man das betont und dies und das. Das ist wahrscheinlich mehr als 15 Minuten, aber sie ist bestimmt auch gar nicht so schlecht, dass sie wahrscheinlich nicht Tage braucht, sondern sie macht es wahrscheinlich in zwei Stunden hat sie das drauf. Ja. Aber selbst dann? Selbst wenn du 300 Euro die Stunde machen würdest? Boah, das ist Geld, Bruder. Das ist Geld, Bruder. Das ist Geld. Das ist tatsächlich Geld. Das ist Geld. Das sind Scheine. Money. Das ist Money, Money. Alleine, sondern mit anderen zusammen. Das für Ratiofam habe ich zum Beispiel auch nicht alleine gemacht. Und für so eine Netflix-Rolle? Netflix ist nochmal ein bisschen was anderes, da wirst du auch immer wieder gerufen, in der Regel wöchentlich, manchmal auch eine Woche durch, es kommt immer drauf an. Da ist das dann so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Ja, wir reden von Netflix. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was du halt schon für Erfahrungen und so hast natürlich, ne? Und wie groß die Rolle auch ist, wie viel du da sprichst. Ich habe jetzt eine Nebenrolle, das ist natürlich nicht wie so eine Hauptfigur, ne? Aber es ist schon gutes Geld fürs Sprechen. Es macht halt Spaß und es ist echt nice. Okay, super. Dann dank dir erstmal. Dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit dem. Alleine aus dem Grund, dass sie nicht sofort die Fakten auf den Tisch legt. Wenn ich Synchronsprecher bin und das beruflich macht, dann sage ich, was ich verdiene. Ich sage direkt, ja, einen. Ja, und ich rede nicht drumrum. Ja, einen, oder? Die wollte die Frage bewusst umgehen, weil die es nicht weiß. So. Hm. Nächsten weiter. Ähm, ich bin's, Morty. Auf jeden Fall, ich bin, ähm, seit, ich bin 18 Jahre alt. So hört's schon nicht Morty an, Mann. Das war Morty auch correct, Bruder. Und spreche hauptsächlich Morty als Rolle für Cartoon-Serien. Das ist bei mir dieses Talent gekommen, dass ich so Stimmen verstellen kann. Aber halt erst so mit 14, 15, als ich in der Pubertät reingekommen bin. Und dann habe ich halt dieses Stimmbuch bekommen. Und dann konnte ich halt so meine Stimme wechseln. Und dann habe ich halt diese Stimme hingekriegt. Dank. Morty ist wer? Morty aus Rick and Morty. Das ist so eine Serie, die gibt's halt auch auf Netflix. Junge, wie kann man die nicht kennen? Bei Cartoon Network gibt's die auch. Okay, kennt ihr das? Ja. Ja. Klingt das so? Klingt schon ähnlich, sagen wir mal so. Der hat einen Vokal gesagt, oder? Ja, das ist halt das Ding. Alles gut. Das Ding ist, soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich weiß, ist der Sprecher von Rick und Morty derselbe. Hörst du meinen Bauch? Wallah, sein Bauch hat uns kurz angeschrieben. Was war das? Können wir mal essen? Was war das denn? Ich hab keine Ahnung, da war kurz Atommoment drin, Wallah. Bruder, wenn du kacken musst, ne? Nein, Wallah, ich muss ich kacken, alles gut, Bruder. Wenn ich kacken, Bruder, ich steh auf sofort, Bruder. Ich warte gar nicht. Ja, sofort. Du fragst dich, Bruder. Nee, Bruder, hab ich gedreht. Ich bin halt im Mund, dass du dich gefragt hast. Alles gut, Bruder. Tau ab. Soll ich dir auch Schüsse gehen? Alles gut. Alles gut. Können wir mal so eine Rolle sprechen, Kurt? Könnt ihr mal so einen Satz sagen, einfach? Ja, sprich doch was aus deinem, aus deiner Serie. Brauch mal die Gurkeien. Ähm, ich bin's, Morty. Auf jeden Fall, ich bin hier gerade bei Nahim Sky bei der Folge Erkenne den Synchronsprecher und ich stehe hier gerade vor Sami, Nahim und Onurcan. Das klingt auf jeden Fall nach einer Serie, finde ich. Nein, 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 nein. Wallah, Billah, Rischöp, Schauf, Koran. Rick, also Morty aus dem Hayo vielleicht, aber... Nein, nein, nein. Also ich glaube, bei denen sind wir uns schon einig, oder? Ja, ja. Okay. Robert Schotze macht es gut, ne? Ich sag, ey, warte mal, ich hab eine Frage. Wie alt bist du noch mal? 18. Bro, Rick und Morty ist älter als wir, Bruder. Ey, Bruderherz. Ja? Das hört schon an, als ob er auf Flaschensitz gesetzt hat. Bruder, das kannst du in TikTok-Matches machen, aber bei Rick und Morty... Ich würde das halt schon gut an. Wie viele Staffeln hast du mitgemacht? Also es gibt halt insgesamt jetzt sechs Staffeln. Aber auf Netflix gibt's nur noch, also es sind zurzeit fünf ausgestrahlt. Er ist voll der süße Bruder, aber ich kauf's ihm nicht ab. Und seit wann machst du das? Schon seit so zwei, drei Jahren. Du hast mit 16 angefangen? Ja, also ich hab halt ein Stimmbuch gekriegt und danach hab ich das halt immer so zu Hause geübt und dann bin ich halt durch paar Kontakte reingekommen. Was heißt paar Kontakte? Weil man braucht eigentlich so eine Schauspielausbildung und dann hab ich halt durch paar Kontakte... Hat jemand angesprochen, ey, du siehst aus wie Morty, Mann. Ey, du siehst aus wie die Gurke von Nico Morty. Ich hatte halt auch paar Videos auf TikTok und halt soziale Netzwerke halt online und das ist halt auch schon so ein bisschen viral gegangen und dann hab ich halt so die Kontakte geknüpft. Wie viele Follower hast du auf TikTok? Auf TikTok hatte ich 80k. Krass. Okay, hast du sehr stark gemacht. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Aber dank dir erstmal. Ich bin Latif, ich bin 19 Jahre alt und ich bin hauptberuflich Synchronsprecher. Hauptberuflich Synchronsprecher, wie alt bist du? Ich bin jetzt 19. Und Latif, was hast du für Rollen gesprochen? Erklär mal. Bei mir ist das so, ich spreche nicht sehr oft in Filmen. Ich habe eine Nebenrolle in The Glory, vielleicht kennt ihr das auf Netflix, die ist jetzt gerade neu rausgekommen. Da spiele ich Ki-Yang-U. Sonst habe ich halt angefangen damit, dass ich früher in einer Schauspielschule war. Dadurch habe ich dann irgendwann angefangen mit 17,5 habe ich angefangen, dann mit dem Synchronsprechen und es ist jetzt seit ich 18,5 war ungefähr im Sommer. Ich würde sagen so März, April hat das dann angefangen. Er hat jetzt gesagt, er hat ein Ki-Yang-U gespielt, ne? Also Chinesisch quasi oder Japanisch. Dann muss er das hier auch Synchronsprechen können. Warum erzählt er so viel? Ich hätte ihn direkt unterhalten, ich hätte gesagt, mach mal den Ki-Yang unten nach. Ja, voilà. So, direkt. Mach mal diese nach, weil dann weißt du direkt, ob er da ist oder nicht. Dass ich dann hauptberuflich Synchronsprecher mache. Dann würde ich gerne mal was hören, oder? Ja. Bei mir ist das ja so, ich spreche Hörbücher für Kinder. Also ich weiß, ich kennt ihr Audible, wo man die Figuren rausstellt und dann eine Geschichte kommt, da hört ihr mich, die Katze, die Maus und hier den Löwe, den spiele ich auch. Mach einfach mal kurz was nach. Ja. Mach den Löwen. Irgendeine von den Geschichten, also ich kann euch halt was über die Geschichten erzählen. Überall schon was einfach. Nennt mir ein Tier davon. Also von dem Katzen, Löwe und Maus. Der Löwe. Das ist so eine Geschichte auf König der Löwen angelehnt. Aber die Geschichte habe ich halt jetzt wirklich nicht mehr im Kopf, das ist wirklich schon länger her. Ja stark Bruder, warum bist du gekommen? Warum bist du gekommen? Warum kommst du? Wieso? Dann mach die Maus Bruder. Mach die Katze, ist doch egal. Könntest du jetzt nichts vorsprechen? Also ich habe immer einen Text vor mir liegen, wenn ich im Tonstudio bin. Ich bin ein Fuchs aus Hamburg unter Vertrag. Den Text kriege ich meistens immer schon ein, zwei Tage vorher unter meinem Kalender in der PDF. Ja Bruder, mach mal einen Satz und was von deinen Stimmchen hören, weißt du? Ja, du bist hauptberuflich Synchronsprächer. Bei mir ist das dann meistens immer so, dass ich bei den Kindersachen mit der ruhigeren Stimme spreche. Genau so. Oh, wenn meine Tochter das hören würde, die wird Alträume begonnen. Der Bruder macht einfach, das ist ja mehr für kleine Kinder. Ja, der flüstert in Ohr, weißt du? Mach mal irgendwas, einen Satz, irgendeinen bestimmten Satz. Ich bin's, der Löwe, Carrie. Komm rüber. Jan, komm rüber. Jan ist dann halt beispielsweise der Löwe und ich bin halt dann der Vater von dem Löwe. So anders. Jawollah, kein Wunder. Du warst Kacke. Du warst Kacke. Wenn du bei mir angehört hast, komm ich zeig den echten Hasen, komm komm. Was hast du gemacht, Bruder, ja? Ja, Bücher für Kinder. Für Kinder, ja. So. Die armen Kinder, danke ich ehrlich. Und den Tankstellenmann, den Kian Un, hab ich auch gespielt. Und was hast du da gesagt? Ich war da der Tankstellenmann, ich bin reingekommen, er ist mir auch entgegengekommen. Ich war halt der Kassierer, er wollte was von mir kaufen, hat mich aber dann im Nachhinein überfallen. Ja, nur das Ding ist, wenn du eine Synchronrolle hast, musst du das so mehrmals einsprechen, als ob du nicht einen Satz gerade im Kopf hast. Ja, safe, safe, natürlich. Safe. Vor allem auch die Stimmlage. Ja. Der ist es nicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Die Sätze merkst, die du halt wirklich immer üben musst, ich hab ja schon... Aber du machst es doch hauptberuflich, oder? Ja, ich mach's hauptberuflich. Und das Problem ist, wenn du dir wirklich alles im Kopf merkst und das nicht einfach nach dem, dass der Dreh vorbei ist, das abschaltest, dann kommst du nicht mehr mit den Texten. Ich sag ehrlich, wenn ich eine Netflix-Roll hätte, ich würd mir das, glaub ich, sogar tätowieren auf die Stirn, so was ich gesagt habe. Bruder, ich glaube, das ist auch eher nicht ein Beruf, sondern auch ein Hobby, Bruder. Das ist so beides. Ja, safe, 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 safe. Er macht selber so seine Hörbücher, er hört die vorm Schlafen oder so, aber... Ich glaub, da ist so Leidenschaft hinter, wenn ich jetzt so eine richtig krasse Synchronsprecherstimme hätte, würde ich das die ganze Zeit privat auch machen. 100%. Nee, Bruder, alle, nee. Soweit ich auch weiß, ich weiß nicht, ob Synchronsprecher auch hauptberuflich sind. Ich glaub, das sind so Freiberufler, die Aufträge bekommen und dann nur gezielt für die Aufträge dahin gehen und das machen. Weißt du? Ja, das hat ja die eine, mit dem Kopftuch hat das ja so ähnlich erklärt. Ja, und die haben dann immer einen anderen, separaten Job noch. Weil das weiß ich von der Freundin von diesem Achmed Frizi, es gibt so diese, es gibt ja einmal Jindauis und dann gibt's ja dieses andere Pärchen in Berlin noch. Und die, die, das Mädchen, die macht das genauso, aber die hat noch ein, die macht noch was anderes. Die macht das Schauberuflich, die macht das so Freiberuflich irgendwie, weißt du? Von da weiß ich das. Okay. Hab ich mal so ein Video mitbekommen. Deswegen. Mhm. Ich glaub, das wird nix, Alter, heute. Ich kann dir deine Meinung darüber nicht nehmen, ne, ob du's im Nachhinein bereust oder nicht, das wirst du dann sehen. Ich denke, du hast viele versteckte Talente. Wenn man, wenn die das sagen, weiß man schon, die lügen. Ja, ja. Immer so diese letzte Ausrede. Ja, ja. Du wirst das bereuen, Bruder, ich bin das doch, Bruder, das ist die falsche Entscheidung, Bruder. Aber hör auf mit Synchron-, Minecraft oder so, das heißt aber, du siehst sehr lieb aus, als ob du gut Joints bauen kannst, aber... Du siehst lieb. Aber Ding, mit Synchron sprechen, ich weiß nicht, Bruder, ja. Was verdienst du denn da so? Ich, also jetzt in meinen Anfangsmonaten, es war so ein mittelstelliger Vollzeitgehalt, also... Ich würd's jetzt nicht, wir dürfen jetzt, glaub ich, nicht genau die Zahlen nennen, was wir brutto und netto bekommen. Ey, der ist so süß mit den Armen, ne? Ich würde sagen, du kannst es mit einem gut bezahlten Filialleiter vergleichen. Filialleiter? Filialleiter von wo? Wie? Ja, haben wir ne, okay. Wohin, Alter? Mach der Stimme für Ronaldo, oder was ist das los? Von nem Netto beispielsweise, ich weiß jetzt, ich weiß, ich hab meinen Cousin, der ist Filialleiter bei Netto. Krank wie Arzt, also so ungefähr. Du kriegst das halt alles über deine GmbH, wo ich ja bei meinem Manager bin, ausgezahlt, der... Wie hat die GmbH dir? Ich bin da Angestellter, unter Vertrag bei dem. Zahlst du Steuern? Das ist mal, das macht mein Manager, also ich krieg das schon unversteuert, also auf meiner Lohnabrichtung steht... Ich krieg das unversteuert, hä? Ja, Bruder, komm. Dreh oben, Bruder. Ja, das stimmt ja, aber das Ding ist, wie viel verdient man denn als Filialleiter? Bruder, ich schätze... Wie das stimmt, Bruder? Der Manager zahlt doch nicht dein Steuern. Aber vielleicht schickt er sein Gehalt schon versteuert. Okay, war doch okay. Nein, doch nicht als Filialleiter von... Natürlich, Bruder, der verdient Bauern, ne? Er hat doch gesagt, von Netto und sowas. Bruder, Netto dreieinhalb vielleicht. Netto oder Brutto? Nein, ich meine Ladennetto. Ne, ich meine, meinst du jetzt Netto oder Brutto? Ich denke, vier, fünf Netto, äh, Brutto, Bruder. Ja, so um den Dreh, wenn es mal ein guter Monat ist. Aber man verdient auch... Es gibt auch Monate, wo du wirklich wenig engagiert wirst. Ja, ich wollte gerade nichts sagen, aber wenn es Tim mir eine Zahl sagt, stimmt der zu. Das ist auch ein bisschen Zass. Er sagt, es ist der mittelstellige Bereich, so. Mit Mitte sehe ich jetzt die fünf, weißt du, fünf, vier. Aus welcher Stadt kommst du, Bruder? Ich aus Hamburg. Aus Altona? Nee, Bill steht. Da kommt alles außer Synchronsprecher raus, sag ich dir ehrlich. Okay, ich würde sagen, dank dir erstmal. Das war schon süß, Latif. Aber wir machen erstmal mit der Nächsten weiter, bitte. Ich bin die Lea und ich bin Synchronsprecherin. Ey, die wirkt voll authentisch. Sie sind authentisch. Du bist bestimmt durch eine Agentur entdeckt worden. Nee, ich bin übers Schnellsprechen entdeckt worden, wenn man so will. Schnellsprechen? Ja, weil ich halt immer ultra schnell gesprochen habe früher. Also ich bemühe mich jetzt schon. Aber damals war das richtig krass. Also in der Großzeit habe ich auch immer überhaupt nicht mehr verstanden. Und dann war es aber immer so, dass es trotzdem einigermaßen verständlich noch war. Aber ich versuche es jetzt heute nicht mehr so zu machen. Cole, he got the boss. Double time. Wala, San Andreas gegen sie. Come to I can fight. Krankenwagen im Parkland. Was hast du für Rollen gespielt? Richtig viele tatsächlich. Also eigentlich über 500. Aber? Ich bin über Schauspiel reingerutscht. Eben über das Schnellsprechen. Und ich mache alles Mögliche. Also Synchronen und Serien, Filme, Hörspiel, Hörbücher, Werbung. Gibt es irgendwas Bekanntes, was man kennt? Das war dein größtes Projekt. Was zum Beispiel war, also meine erste Rolle war von Phineas & Ferb. Candice, kennt ihr Phineas & Ferb? Ja, durch meine Tochter. Kannst du mal Phineas & Ferb sprechen? Ich komme Zeit. Kennt ihr Candice? Nein, nein. Kennst Phineas & Ferb? Nein. Was? 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 Warum kennt man das nicht? Kennst du Phineas & Ferb? Ja. Wala, was hast du geguckt? Hast du Frankfurt und Doku besser Sticherei geguckt als Kind oder was? Zeit mal bitte auf YouTube. Der mit den orangenen Hand und der mit den grünen Hand. Ach so, ja doch. Doch, doch, doch. Wallah, ich kenn das. Doch, doch, Wallah. Wallah, ich kenn das. So von Namen ich weiß auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall die nervige Schwester. Ha, 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 ha. Er hat absolut keinen blassen Schimmer. Wer Phineas & Ferb ist, ich sag dir wie es ist. Zeig ich kenn das. Mom, wenn ihr so'n Ferb basteln an einem Vorspann. Ey, das ist das Ding. Ey, das ist das Ding. Oh, ey, oh. Lack, du mal nicht so, lass. Das war auf meine Mund. Ja, eins, so schnell. Warte, nein, Wadabilla. Wadabilla, geh auf YouTube ein, bitte. Ja, wie heißt das? Junge, lass mal diese YouTube. Nein, geh mal noch kurz ein, bitte. Ich muss das sehen. Von Namen ich hab keine Ahnung, Wallah. Hier, Bruder. 100% ich kenn das. Wir haben doch PC vor dir. Warum Handy? Oh, dein Ernst, Bruder? Chill mal, Bruder. Ja, das kennt doch jeder, Bruder. Wallah. Ich schwör auf Koran. Da spielt immer ein Togo und so, Wallah. Togo. Nicht Togo. Togo. Einfach Lack, Bruder. Wallah, ich kenn... Wallah, wer kennt das nicht, ja? Alles gut, Bruder. Wow. Guck mal, das war krass. Warte, warte. Die haben doch auch so'ne Schwester. Ja, das ist genau. Ja, also. Ja, die... Ah, Safi, Safi. Die waren gestolkert. Ich kenn das so, ich sag doch. Von Namen ich geh mich nicht aus, aber ich kenn das. Ich hab einfach hassen bekommen, aber es war gut. Okay, erst mal was anderes. Das eine ist ne Kinderserie, die heißt PJ Masks zum Beispiel. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Krass. Oh krass. Okay, äh, was ist Bauchatmen? Ja, ich bin nicht richtig schlecht drin. Was ist das? Erklär's mir. Na, dass du versuchst, nen ruhigeren Atem zu bekommen. Ähm, um irgendwie gesetzter mehr Stimmstütze, glaub ich, zu kriegen. Und du sollst halt irgendwie immer in den Bauch atmen und nicht so in die Brust, weil dann die Stimme auch irgendwie fester ist. Aber da bin ich richtig schlecht drin. Hast du mal auch was für Erwachsene gesprochen? Also jetzt nicht nur einen Kinderfilm. Was hast du denn gesprochen? Alles mögliche, Netflix, Amazon. Ich will ein Drama von dir haben, richtige Emotionen, komm aus dir raus! Wir haben auch noch was Kleines vorbereitet. Ja. Deswegen, du kannst ja mal ganz kurz, ähm, mir den Text geben. Traurig oder dramatisch? Traurig, traurig. Aber ich kann nicht lesen, gell? Du kannst... Ich versuch's, ich versuch's. Lass einfach gucken. Wenn du nicht kannst, geh ich, äh, komm ich rein. Ihr führt jetzt quasi so einen Dialog miteinander. Ich versuch gerade echt nicht respektlos zu sein. Deswegen bitte ich dich höflich. Lass mich in Ruhe, okay? Nein, weil ich, äh, will es wieder gut machen. Kannst du aber nicht. Du lässt mich, äh, auch nicht. Egal, er hat's bemüht, er hat's bemüht. Er hat's versucht. Es ist zu spät. Oder Latifa sogar besser als du. Ich sag dir endlich. Da war ich noch gar nicht, aber ja. Es ist zu spät, Zoe. Einmal hätte ich dich gebraucht, nur einmal. Wo hast du gesteckt, Zoe? Äh, zeig dich, Zoe. Ich? Genau, aber wenn du was brauchst, erwartest du, dass ich springe und da bin, ohne Fragen zu stellen. So läuft nämlich diese Freundschaft. Ja, es tut mir leid. Ja, muss es aber nicht. Ich bin nicht wütend. Ich bin durch mit dir. Boah, das war gut. Die ist echt gut. Die ist krass. Respekt, Bruder, die ist crazy. Die ist echt gut. Voll gut. Das war krank. Das war krass. Sammy war aber auch gut, sag ich schon. Silver, stark. Ich kann nicht lesen, Cousin. Also ich muss sagen, bis jetzt fand ich sie so am authentischsten. Abstand. Ja, steckste, steckste. War gut. Okay, dann würde ich sagen, danke dir erstmal und wir machen erstmal mit der Letzten weiter. Hi, ich bin Natalie Nowak. Ich bin ausgebildete Schauspielerin. Also ich habe eine staatliche Anerkennung. Ich war in Göttingen im Theater. Ich war in Hamburg im Theater. Da habe ich das letzte Mal gespielt, ohne es zu wissen, weil wir dann die Corona-Krise hatten. Ich bin zurück nach Kassel und da bin ich in die Synchronsprecherszene reingerutscht sozusagen. Und ich kann jetzt stolz sagen, dass ich seit 2022 als Sprecherzieherin arbeite. Und ich bin die weibliche Stimme der Kim aus dem Drehbuch, die drei Ausrufezeichen. Bruder, weißt du, was heftig ist? Die ist auch authentisch. Bruder, der hat eine Aura, gell? Ja. Jeder Schauspieler hat die Arme. Wie habt ihr das? Ihr kommt in den Raum und euer Gesicht ist tot. Ihr könntet in... Nicht tot. Wir nicht tot. Nein. In einer Sekunde seid ihr traurig, dann seid ihr wütend. Aber ihr habt... Wie macht ihr das? Ich kann aber nicht weinen. Tatsächlich. Also Sense Memory funktioniert bei mir nicht. Es kann ja auch sein, dass sie Schauspielerin ist. Sie ist 100% Schauspielerin. Aber keine Synchronsprecherin. Also ich habe keine Fortbildung gemacht. Ich habe ganz klein angefangen. Ich habe im offenen Kanal Kassel angefangen und dafür kein Geld verlangt. Es war auch ein Jugendprojekt. Ich habe Corona-Fakten eingesprochen. Dann war ich im hessischen Rundfunk. Da habe ich Geld bekommen. Aber das war so... Ja... Davon konnte man nicht leben. Jetzt kann ich davon leben. Noch eine kurze Frage. Ja, bitte. Du hast dich so ein bisschen warm gemacht, glaube ich. Nein. Tatsächlich habe ich nur mein Loxfox benutzt. Was ist das? Ich habe eine Stimmlippenfehlbildung. Wenn ich spreche... Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Im Tonstudio hört man das gewaltig. Wenn ich Hallo sage, kommt vor dem Hallo ganz viel Luft raus. Das liegt daran. Stimmlippen funktionieren... Ich habe es auf Kamera gesehen, meine eigenen. Ich will nicht sagen, wie es aussieht, aber es sind halt zwei Lippen, die immer aneinander vibrieren. Und beim Sprechen vibrieren sie auch aneinander. Bei mir vibrieren sie nur oben, unten haben sie ein Loch. Und da hilft mir mein Loxfox. Heftig. Genau. Lernt man diesen Zustand? Also ich weiß nicht, wie man den nennt. Tod war jetzt der falsche Begriff. Weißt du, was ich meine? Wenn man so ein eiskaltes Gesicht hat, erstmal so. Man könnte in jeder Sekunde eine andere Emotion annehmen. Lernt man das in der Schauspielschule? Unter anderem ja. Also wir haben ganz viele Übungen, sei es Sense Memory. Wie gesagt, das funktioniert bei mir nicht. Und ich habe sehr viele Workshops gemacht. Weil einfach nur dreieinhalb Jahre studieren reicht meiner Meinung nach nicht. Okay, wollen wir was hören? Synchronmäßig? Ja, hören wir mal. Wir haben dir ja gerade einen Text gegeben. Sind wir zwei, ne? Ich würde Ono-Jahn mal gerne dramatisch hören. Das ist, glaube ich, genau Ono-Jahns Ding. Und für dich haben wir auch einen Text. Und wir machen dasselbe wie vorhin, nur zwischen euch beiden diesmal. Seid ihr bereit dafür? Wir sind voll bereit. Selbst die dahin sind nicht bereit dafür. Dramatisch, ja. Ich habe mich zwar jetzt noch nicht aufgewärmt, so. Ich habe meine Aura noch nicht, aber guck jetzt. Wir sind in einer vergifteten Beziehung, Elena. Ich habe deinen Freund getötet. Und du willst jetzt den anderen die Schuld dafür geben? Ich soll dir die Schuld geben? Es ist einfach erledigt. Du hast es verbockt, Damon. Schon wieder. Schönen Dank noch. Du bringst mich in eine Position, in der ich dich verteidigen muss. Schon wieder. In der ich meine Moral, meine Vorstellung verbiegen muss. Schon wieder. Du zwingst mich gegen allem, mich gegen alle zu wenden, woran ich nun mal glaube. Schon wieder. Weil ich dich liebe. Dann hör auf, mich zu lieben. Das kann ich nicht. Ich habe Angst bekommen. Die war krass. Ohno-Chan war krasser als sie. Nein. Doch, Bruder. Ohno-Chan. Du hast es besser als sie gemacht. Wollah stark. Ich schwöre. Die wird so angeschrien. Wollah. Tu mir leid, Abi. Wollah. Tu mir nix. Ey, aber. Ich muss sagen. Ja, die hat es gut gemacht. Aber ist jetzt nicht das zu sagen. Sie ist es nicht. Nein. Ich glaube, die ist es auch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Bruder. Die mit Kopftuch. Die kam auf jeden Fall bis jetzt. Entweder die mit dem Kopftuch oder die, die jetzt davor war. Die vorletzte. Ja, das ist auch so eine Sache. Halla, helf mir sehr. War stark, Bruder. Da ist doch irgendein schlecht. Verstecktes Talent. Sorry, ich habe totale Zitter an Händen mit meinen Händen. Also Chirurg werde ich nicht. Ey, das war richtig krass. Das war richtig gut. Das war super. Danke. Das war heftig. Aber es kam mir mehr vor wie in so einer Serie oder in so einem Film, weißt du? Tatsächlich darf ich dazu was sagen. Ich dachte vorher immer, dass im Berufs-Synchronsprechend, dass du in so einem kleinen Studio hockst und dann sprichst du halt deine Sachen rein. Wir sind drei Mädels. Ich spiele die Kim, dann gibt es noch Franziska und Jenny. Und ich dachte, wir werden immer aufgesplittet. Tatsächlich haben wir ein Tonstudio zu dritt. Also wir stehen im Dreieck und haben sehr oft Wiederholungen. Zum Beispiel, wenn es eine Szene gibt, die Dialogregie hört das nicht, sondern unseren Tontechniker. Wenn wir dachten, ey, wir waren gerade richtig gut, hört er nochmal rein und sagt, Leute, dramaturgisch gesehen sollte sich das im Hörbuch so anhören, als würdet ihr sitzen und hinter einer Tür etwas besprechen. Aber dann haben wir irgendwie so miteinander kommuniziert und das ist ein ganz schneller Schlagabtausch in unserem Hörbuch. Gut, ist nicht mein Hörbuch. Passiert das halt oft, dass wir immer zu dritt in dem Studio sind. Also wir sind da immer zu dritt und haben ganz stark... Wollah, was erzählt ihr da seit zwei Stunden, ja? Wollah, die redet so viel, weil ich die Kopfschmerzen... Die wagt es, glaube ich, zu reden. Papp, 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 dreht ein Buch, Wollah. Schlagabtausch und wir müssen mehr auf Schauspiel achten. Ey, Bruder, es ist schwer, Nahim, es ist schwer, Nahim, es ist schwer. Schauspielerische Leistung war krass. Was wir schon mal festhalten können, alle fand ich richtig stark. Ja, ich fand auch. Diesmal sind alle Teilnehmer richtig gut. Ja, geht, der ein oder andere... Ich würde vorschlagen, jetzt müssen wir uns erstmal für einen entscheiden, den wir rausvoten. Ja, ja, sie war schon krass, also wir können schon... Genau, ja, ich würde auch sagen, die kommt in die engere Auswahl. Was sagst du, Nahim? Also mein Bauchgefühl sagt, Mitte hinten ist für mich bis jetzt am unauthentischsten. Der Latif sieht mehr aus wie jemand ganz anderes. Was sagst du dazu, dass wir dich am unauthentischsten finden bis jetzt? Ihr vertraut mir nicht, also was soll ich noch dazu sagen? Ihr verliert ja am Ende. Ja, Bruder. Was sagst du denn dazu, dass die anderen, obwohl die anderen ja keine Synchronsprecher sind, so unfassbar gut sind? Ich spreche ja nur Geschichten nach. Für euch ist das schwierig zu verstehen, weißt du, weil diesen Text präg ich mir immer vorher ein. Ich bin so einer, wenn du mir jetzt einen Text hinlegst... Ich will, dass er es einmal macht, bitte, Digga. Er muss es einmal machen. Oh mein Gott, ich auch. Ich will, dass er es einmal macht, Digga. Hier ist dein Text, mein Bruder. Komm, wir machen es einmal. Okay, du bist Sprecher 1 und du musst jetzt, weil du meintest ja, du hast immer einen Text vor dir, deswegen müsste das jetzt sehr, sehr easy für dich sein. In welcher Dramatik wollt ihr denn hören? Da steht es traurig und erschüttert. Ich versuche gerade echt nicht respektlos zu sein, deswegen bitte ich dich höflich. Lass mich in Ruhe, okay? Nein, weil ich es wieder gut machen will. Kannst du aber nicht. Naja, du lässt mich auch nicht. Es ist zu spät, Soy. Einmal hätte ich dich gebraucht, nur einmal. Wo hast du gesteckt? Ich? Ja, genau. Aber wenn du was brauchst, erwartest du, dass ich springe und da bin, ohne Fragen zu stellen? So läuft nämlich diese Freundschaft nicht. Es tut mir leid. Ich muss es aber echt nicht. Ich bin wütend und auch durch mit dir. Ey, Bruder, Alter. Mohams Rap besser als der Synchronsprüche, Digga. Ohohohoho. Bruder ist hart. Ja, also, ja. Ey, du bist ein wunderschöner, gell. Ich sag dir ehrlich, du bist auch ein ziemlich süßer. Aber ich glaube, Digga, es ist zu Ende heute jetzt hier, Digga. Das Ding ist, wir haben wirklich, ich glaube, 5 Minuten auf ihn eingeredet, dass er einen Satz nur sagt. Also, ich finde schon, du hast eine beruhigende Stimme. Ja. Aber es wirkt für mich jetzt nicht wie so eine... Vielleicht als Robby oder so. Ja, oder in der Schule hast du vielleicht ganz gut vorgelesen oder so. Geil, nicht so. Ich war immer für die letzte Reihe Sitzhaber. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht, um davon zu leben. Deswegen würde ich sagen, also mein Bauchgefühl sagt, dass er es nicht ist. Was sagst du? Nee, ich sag der es auch nicht. Gar nicht. Was sagst du? Ich catch mich gar nicht, sag ich ehrlich. Ich danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest es einmal mit da draußen. Wen wollen wir als nächstes hören? Ah, direkt schon? Ich würd mir die Gurke wieder vorknippen. Ich würd mir die Gurke wieder hören, ja. Morty, Alter, komm mal nach vorne, ja? Ähm, ja. Lass mal in der Sprache reden, Mann. Erzähl mir ein bisschen was, Morty. Ähm, was soll ich dir erzählen? Hm. Sag's mir schon, Rick. Hast du ne Freundin? Ähm, zur Zeit nicht, Mann. Wie alt bist du? Ich bin 18. Hast du dir schon mal einen runtergeholt? Ähm, mein Vater sieht das Video. Bist doch mal, Mann. Er ist cool. Er ist richtig cool. Und ich glaube, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er so was auf TikTok zum Beispiel macht oder so, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob es jetzt für ne Serie reicht. Hast du ein Problem mit Kollegen vielleicht, aber Netflix? Fünf Staffeln? Rick und Morty? Was es schon seit, keine Ahnung wie vielen Jahren gibt? Ich find dafür ist so, versteh mich nicht falsch, du stehst schon sicher da, aber dafür fehlt mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Ich spreche eigentlich nur Morty als Rolle, aber ich kann halt mehrere Stimmen noch. Ja, das wollte ich grad fragen. Kannst du uns was anderes zeigen? Also bei mir ist das halt das Ding, wenn ich irgendwie so ne Serie gucke, lerne ich mit der Zeit einfach die Stimme. Keine Ahnung, hörte ich behindert an, aber ich kann halt irgendwie so sechs verschiedene Stimmen noch. Also zum Beispiel kennt Patrick alle, ne? Hallo, mein Name ist Patrick, ich liebe sie. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Boah! Geil! Boah! Boah! Boah, das war krass! Das war krass! Boah! 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 Eric Cartman, also ich darf jetzt keine Witze machen, aber verdammte Scheiße, Mann! Ich bin hier und werde gleich rausgewoutet! Das ist stark, aber ich glaube genauso wie du es jetzt mit dem Stimmen gemacht hast, ist es auch bei Morty wahrscheinlich. Weißt du, dass du dir die Serien anschaust und dir das dann so aneignist. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt hauptberuflich machst. Aber du hast auf jeden Fall Talent! Okay, pass auf, Morty. Du bist ehrlich süß. Du sprichst mir jetzt nach, Wort für Wort. Ich. Ähm, ich. Sätze. Sätze. Nicht. Mich. Jetzt. Jetzt. Hin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Bruder, wie es reicht. Ja, ich denke auch nicht. Konkurrenz ist zu stark. Er ist zwar ein süßer Bruder, aber er wollte sich hinsetzen, hat er gesagt. Was sagst du dazu, dass die anderen so stark sind? Keine Ahnung, also die haben glaube ich jetzt nicht so ein krasses Talent wie bei mir jetzt, ne? 100%ig hast du Talent. Aber ob du es professionell machst und damit dein Leben bis Unterhalt verdienst, das ist schon mal was anderes noch, weißt du? Du bist talentiert, du bist ein wunderschöner junger Mann, der sich jetzt so... Für mich ist es leider raus. Du machst dir gemütlich, Bruder, aber... Ja, wir sind uns einig, oder? Ja, wir sind uns einig. Dann danke dir auf jeden Fall, aber du musst es einmal bitte raus. Alright, als nächstes würde ich gerne nochmal Miss Genshin Impact hören. Was hast du noch alles gemacht, außer Genshin? Also zum Beispiel auf Crunchyroll, Like Horace Recoil, das war letztes... Kennen? Nein. Hm? Nein. Wie? Nein, alles gut. Alles gut. Wir reden nach, Flüge, ne? Ja, in der Summer Season, da habe ich Erika gesprochen und ansonsten in einigen Spielen halt, wie ich vorhin gesagt habe, das ist Unity oder auch viele RPG Maker Games, falls euch das was sagt. Undertale. Wollt ihr irgendwie wissen, wie ich reingekommen bin? Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Doch, doch, erzähl uns. Wie wurdest du denn entdeckt? Anfangs war das so, ich hatte Kontakt zu einer Synchronsprecherin, Katharina von Darke, und 2021 hatte ich meinen ersten Synchronstudio besucht. Und schließlich war es dann halt letztes Jahr so, dass sie selber Regie hatte, eben bei Like Horace Recoil, da hat sie mich dann halt drauf besetzt. Dann ist das eine zum anderen gekommen, ich habe Aufnahmeleiter kennengelernt, dann hatte ich auch Aufnahmen in Berlin, VSI Berlin, und durch denselben Aufnahmeleiter habe ich halt unter anderem für Romantic Killer auf Netflix habe ich Ensembles gesprochen. Ja, ich spreche eigentlich viele Ensembles, halt im Hintergrund, wenn mal ein Kind irgendwie Kinder auf dem Spielplatz oder so, das ist halt, es fällt mir ziemlich leid, so was zu reden, aber andere verstellen halt ihre Stimme. Wisst ihr, wie ich das meine? Und dann gehe ich einfach nur hin und rede. Boah, die ist gut, also ich finde sie voll gut. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die hatte schon mal ein Projekt, die hat schon mal was gemacht, aber die ist nicht die Synchronsprecherin, die man sucht. So, entweder die ist aktuell dabei oder die hat ein bisschen was hinter sich, aber die macht es jetzt nicht so home, also so professionell, sag ich mal. Ja, aber Erfahrungen damit müsste sie haben, also so kommt sie über. Ja, ja, ja. Ich finde sie auch voll gut, ja. Was verdienst du im Monat? Durchschnittlich. Per Projekt, je nachdem was für ein Projekt man hat, hat man eine gewisse Grundgage und dann eine Take-Gage. Eine Grundgage, darunter fällt dann auch zum Beispiel Fahrtkosten oder sonst was, das wird immer vorher mit dem Studio abgemacht. Und je nachdem wie erfahren du bist, wie viele Rollen du hast, kannst du halt dann auch deine eigene Gage etwas höher setzen. Eigentlich hätte ich jetzt rausgeschmissen, weil die anderen zu stark sind, aber damit hast du wieder Punkt geholt. Ja, ich sag dir ehrlich. Ich würd auch sagen, wir lassen sie erstmal noch drin. Ja, ich denk auch, es war echt, es war gut. Ich hab ein bisschen Luft, wir kommen gleich wieder zu dir. Okay, als nächstes rausvoten würde ich tatsächlich Mitte, glaube ich, weil ich die anderen beiden links zu stark fand. Lass mal Mitte noch mal hören, weil ich hab das Gefühl, das ist so eine Stimme, die kann eigentlich jeder so dumm es sich anhört. Boah, das hast du gemacht, Alter. Das ist hart. Das ist hart. Kann halt in vielen Bereichen eingesetzt werden. Hast du denn noch eine andere Stimme? Ja, ich kann auch Akzente, also ich hab auf Englisch zum Beispiel auch. Das mach ich auch. Machen wir was auf Englisch. Yo, what's up? Da hab ich zum Beispiel so einen Werbespot gesprochen für Best Fiends, für diese Handy-App. Und da geht das zum Beispiel so. With Fiends like this, you don't need enemies. Five star rated App. Irgendwie so, ich kann mich nicht genau erinnern. Best Fiends, unleash your inner Fiends. Krank, Alter. Ich würd's nicht runterladen, ja? Ja, dann lass mich doch was vorsprechen. Das ist doch eine Zettel, meinst du? Ach, das willst du vorsprechen? Aber wir haben noch so einen Monolog hier. Boah, Monolog hört sich gut an. Ich würd sehr, sehr gerne mal... Aggressiv, oder? Aggressiv, genau. Einmal aggressiv und dann noch ängstlich-panisch, möchte ich auch machen. Okay. Die beiden machen wir mal. Ich fang an mit aggressiv. Wo verdammt ist mein Geld, Lauren? Du hattest eine Aufgabe, eine. Und nicht mal diese bekommst du hin. Ich schwöre dir, Lauren. Wenn du mein Geld bis morgen 15 Uhr nicht hast, solltest du besser rennen. Morgen 15 Uhr enttäuscht mich besser nicht. Ja? Ja, siehst du echt. Ja, na gut. Das war schon stark. Okay, dann können wir ja noch deine ängstliche Stimme machen. Ja, einmal die ängstliche noch. Du schuldest mir eine Antwort. Das kannst du nicht so stehen lassen. Ich habe alles für dich getan. Alles. Mach mal, hör mal zu. Mach mal die Augen zu und denk einfach, es ist ein Film. Guck mal jetzt. Alles für mich. Was soll ich ohne dich tun? Nun bringst du mich zu dem Punkt, wo ich nie mehr sein wollte. An die dunkelsten Orte meines Verstandes. Danke. Krass. Boah, Bruder. 100% siehst du es. Millionen Prozent, ich glaube es. Also jetzt kommt die gerade richtig krass rüber. Ja, ja, save. Bruder. Ängstlich. Krass. Heftig. Du hast auf jeden Fall Talent. Mega übertrieben. Du hast Talent. Ist halt die Frage, ob sie es professionell macht. Ob sie davon leben kann. Genau. Das ist halt das Ding. Hobbymäßig kann es jeder vielleicht machen. Aber weißt du was? Der ist voll gegen sie. Ja, der hat den gar nicht überzeugt. Ist immer so. Das kann jeder. Alle von denen haben so ein krankes Selbstbewusstsein. Ja, save. Das ist so heftig. Das haben wir auch selten, ne? Ja, das haben wir nie. Ja. Das ist echt stark. Sich auch allgemein hier hinzustellen und so zu performen. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt mein Vote geben würde. Jo. Ich würde sagen raus, aber super gemacht. Ja. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen stark gemacht, aber ist es raus. Aber super gemacht. Ja. Boah. Ich schmeiß die einfach raus. Was? Haben die die rausgeschmissen? Also ich sag euch. Haben die die rausgeschmissen oder was? Ja, ja. Krass. Ich hätte die hinten, ja. Die hätte ich als erst rausgebrochen. Ich hätte sie rausgeschmissen. Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Spannend. Also die drei sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also wirklich sehr, sehr stark. Bruder, die Mitte ist so eine Schauspielerin, ja. Die ist so. Guck mal. Ich sag euch, wie es ist. Sie ist es nicht. Für mich fliegt sie raus. Sie und sie sind auf jeden Fall im Finale für mich. Aber am Ende bin ich auf jeden Fall bei ihr. Wie ist das für mich? Warte mal. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, ja. Mach mal jetzt. Was sagst du? Ich glaub diese Kopftuch. Die raus ist? Ja, ja. Die mit Kopftuch, ja. 100%. Was denkst du? Ich muss noch, ich muss mir was anhören, Alter. Okay, du willst doch nichts festlegen. Aber lass das mal noch hören. Aber ich sag sie, ich sag sie. Nein, Mann. 100%. Es sieht doch aus wie eine, die Kurse gibt so dafür. 100%. So richtig diese Aufwand für Leute. Ja, ja, ja. Das ist das. Theater oder so, kann ich mir auch sehr gut bei ihr vorstellen. Nee, leider. Wieso leider? Weil ich gerne zurück ins Theater will. Also ich hab auch schon mal Film ausprobiert in Berlin. Das ist gar nichts für mich. Synchronsprechen, es macht mir so viel Spaß. Aber Theater ist eine ganz andere Welt. Ich liebe Theater. Aber verdient man im Theater nicht sau wenig? Nicht sau wenig, aber im Vergleich zum Synchronsprechen keine Chance. Warum möchtest du dann gerne zurück? Darf ich sagen, es ist familiärer. Es ist familiärer. Das Theater bleibt, das Theater baut sich ja nicht ab und wandert weg. Wir wechseln oft Studios. Wie lange hast du Theater gemacht? Wie viele Jahre? Also dreieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht. Während des siebten Semesters bin ich sofort nach Göttingen. Da musste ich immer pendeln. Da war ich für zwei Jahre. Also Spielzeit 2019 bis 2020. Dann wurde ich eingeladen nach Hamburg. Privattheater Tage Hamburg-Altona. Da wurde ich nominiert in der Kategorie Komödie. Dann habe ich da ein Gastspiel bekommen und dann kam Corona und Sense. Für Theater mäßig würde ich alles abkaufen. Aber ist das Synchronsprecher? Ey Honor, sie ist 100 Millionen Prozent Schauspielerin. In erster Linie. Ja, also das macht sie safe. Und jetzt mussten wir nur noch die Frage beantworten. Ist sie auch Synchronsprecherin? Synchronsprecherin und Sprecherzieherin. Damit verdiene ich auch mein Geld. Okay, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Schüler von dir. Was sind so die Basics, die Topics, die du mir beibringen würdest in erster Linie? Wir lernen uns kennen und dann höre ich direkt raus, wo bei dir vielleicht, wo ich andocken müsste. Wo bauen wir das Gerüst auf. Nimm es mir nicht übel, bei dir müsste man mit der Aussprache arbeiten. Es heißt nicht ich, es heißt ich. Ja, das ist hessisch. Mein Mutter sprach. Ich bin auch Hessin, aber das muss raus. Und da gibt es so viele Übungen, Partnerübungen, die ich mit dir zusammen machen kann. Und natürlich Einzelübungen. Deine Stimme ist sehr kräftig. Was gut ist, die hatte ich auch am Anfang. Manchmal muss man anfangen zu lernen, laut und deutlich, aber ruhig zu sprechen. Dein Kehlkopf schlägt ein bisschen über die Stränge, finde ich. Ein Kollege von mir hat seine Stimme verloren bei einer Hauptrolle. Wie? Komplett verloren? Naja, nicht komplett. Er hat sie langsam wieder, aber seine Stimmlippe ist gerissen. Krass. Und deswegen ist das Arbeiten im Turnstudio was ganz anderes. Ich habe hier ein Mikrofon und ich war dann wirklich. Hey, hast du heute die Zeitung? Und dann gleich diese. Oh, Nathalie. Wir sind im Turnstudio, nicht auf der Bühne. Sorry. Und da musste ich mich ganz stark umgewöhnen. Was für ein Mikrofon steht vor dir, wenn du da rein sprichst? Kenne ich das vom Namen? Das ist ein ganz normales Mikrofon und dann ist da eine Dämmung oder wie das heißt da drüber? Mit welchem Programm nimmt ihr eure Stimmen auf? Das macht der Tontechniker, was weiß ich davon. Schauspielerin bestimmt. Und Theater auf jeden Fall. Ich glaube, sie lebt das Theater. Hey, die liebt das. Spracherziehung auch. Die hat euch auseinandergenommen mit Gerüsten und sowas. Aber Synchron Sprecher weiß ich nicht. Okay. Wer hat Biene Maja gesprochen? Das weiß ich nicht. Kannst du ihr kurz das Mikrofon geben? Ja, nee. Ich bin da richtig schlecht drin, mir die Sachen alle zu merken, ehrlich gesagt. Da gibt es sehr viele Synchronfreaks, die komplett immer mit den SprecherInnen irgendwie wissen, wer was war. Aber Biene Maja weiß ich nicht. Ich habe das aber auch nicht gesehen früher. Darf ich noch was zum Geld sagen? Weil ihr immer fragt, monatliches Gehalt. Also ich bin freiberuflich, sind die meisten Synchronsprecher. Man wird bezahlt auf Honorarbasis. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht wenn du einen Film einsprichst, das kann sein. Wäre mir jetzt aber auch fremd. Pro Wort wird man nicht bezahlt. Pro Satz wirst du nicht bezahlt. Es ist eine Pauschale. Es ist von Anfang an klar, wie viel verdiene ich zum Beispiel. Ich habe unterschrieben, was ich pro Folge verdiene. Ich weiß, wir haben mal was gebucht, Synchronsprecher Stimmen. Und da war es so, 150 Wörter haben so und so viel gekostet. Ich bekomme pro Folge. Es muss ja irgendwie anhand der Sätze oder Wörter festgemacht werden, weil es kann ja auch sein, dass eine Folge... Die eine geht ein. Zwei Jahre geht es. Ja, so. Eine Hörbuch-Folge, zwei Jahre? Übertrieben gesagt. Ich dachte schon. Ich meine, du weißt ja gar nicht, wie lang eine Folge ist. Weil was ist, wenn ich dir jetzt als Produzent sage, eine Folge dauert zwei Monate? Das wäre heftig. Also das würde ich sagen, okay, krass. Deswegen meine ich, da braucht man ja ungefähr eine Anzahl an Wörtern oder Sätzen oder nicht, damit man bestimmen kann. Das wird dann wahrscheinlich anders abgerechnet. Ich bin aber auf Honorarbasis eingestellt. Das klingt für mich ein bisschen mehr nach Schauspielerin. 100 Prozent. Sind wir uns einig. Die Schauspielerin kann sie uns auch komplett auseinandernehmen. Sie nimmt uns auch gerade auseinander. Sie ist auch sehr stark, aber ich glaube, dass sie Schauspielerin ist. Ich auch. Theater. Okay, also sind wir uns einig. Ja, 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 ja. Du hast so sehr, sehr stark gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Ich glaube, die ist auch so, sowas wie so ein Coach, die das so beibringt und so. Kann sein, ja. Weißt du? Das wird dir auch passen. Du hast dich nicht festgelegt. Du bist ja raus. Also deine ist ja schon, dein Voting ist ja raus. Ja, 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 ja. Du bist immer noch bei der? Immer noch. Immer noch? Ja, das Ding, ich will jetzt erstmal was hören. Weißt du, jetzt wird bestimmt gefragt oder so. Okay. Weißt du, ich glaube bei der? Bei ihr? Ja, die ist halt so geboren, ne? Ihre Stimme ist halt so, aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie irgendwas macht. Doch, doch, die hatte schon mal ihre ersten Auftritte. Glaub mir 100%, aber ich glaube nicht, dass sie es ist. Ich glaube auch, die hat Erfahrung damit, Bruder. Bisschen. Oder die ist gerade dabei oder so. Aber die, ne? Ich sag, bei der ist so schwer. Bei der hast du zu wenig gehört. Also das, was du gehört hast, war krass. Das war sehr authentisch. Das war sehr authentisch, ja. Sie musste einfach alles was abholen. Aber bei ihr, ja, ja. Aber die hat die wenigste Bühne bisher bekommen. Bei der will ich noch was hören. Deswegen. Nein, weißt du, was das Ding ist? Wenn sie es wirklich ist, vielleicht hat sie ja bewusst weniger gesagt als alle anderen. So wie Dorian sein Auftritt. Weil wenn du es ja bist, dann musst du ja versuchen, dass sie es nicht rausgekommen hat. Ja, ja, ja. Puh, Finale, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich komme an meine Grenzen, sag ich ehrlich. Beide sind sehr, sehr stark. Hey. Links fand ich bis jetzt authentischer. Bei rechts fand ich halt bisschen komisch Genshin Impact. Ich habe da noch nie eine deutsche Stimme gehört, um ehrlich zu sein. Also das Ding ist halt, ich... Was ist Genshin Impact? So ein Spiel, eine Werbung, irgendwas, vielleicht so ein Minigame. Das ist bei TikTok immer so ein Trend-Hashtag. Genshin Impact. Vielleicht ein Anime? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht. Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich spreche immer nur, wenn mein Charakter vorkommt. Und oft ist das in dem Spiel halt so, dass es zum Beispiel Events gibt. Zum Beispiel das Lunar-Event, was gerade zum Beispiel... Anime spielt sogar. Ah, du weißt doch. Wie soll ich sagen? Wenn Nachfrage ist, werde ich ins Studio gerufen. So, ich habe die Rolle letztes Jahr im Oktober bekommen. Und das wird halt nach Event aufgenommen. Bedeutet, mein Charakter kommt nicht immer vor. Was ist die richtige Spielbezeichnung für Genshin Impact? Das Ding ist halt, dass man... Ja, also das Ding ist halt, es ist Solo. Aber du kannst es auch im Koop spielen. Mit bis zu vier Spielern kann man das dann spielen. Eine ganz kurze Frage. Ey, du spielst Mona von Genshin Impact. Was hast du da verdient? Wir reden hier von Genshin Impact, ne? Weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Weil Genshin Impact ist ja nicht in Deutschland basiert. Das Ding ist, wir können auch nicht Placements jetzt mit Dings vergleichen, weißt du? Das ist halt das Ding. Äh, boah. Ich weiß, das Einzige, was mich halt triggert, ist dieses... Ich hab noch nicht Deutsch da gehört. Oder hast du schon mal Deutsch gehört? Nein, ich hab's nicht in Erinnerung. Ich hab's auch nicht in Erinnerung, ja? Ich hab auch das Gefühl, guck mal, jetzt ohne dich anzugreifen. Ich glaube, das ist so ihre Leidenschaft vielleicht, dass sie sich dafür interessiert. Die ist ein Gamer-Girl, Bruder. Ich will jetzt nicht Kawaii sagen. Es gibt ja diese Crunchyroll, bisschen Anime gucken, bisschen Genshin Impact spielen dabei. Weißt du, kennt die bei Twitch diese, wie nennt man die, Cosplay, die sich so verkleinert? So, so. Bist du auf solchen Events, sei ehrlich? Bist du auf Crossplay-Events? Cosplay? Ja, Cosplay mach ich auch. Aha. Mhm. Ich hab ja vorhin erzählt, dass ich halt gemobbt wurde wegen meiner Stimme und dann gab's wirklich eine ganz schlimme Phase. Ich hatte eine sehr, sehr starke Kehlkopfentzündung, weil ich durch das Mobbing mir angezwungen habe, tiefer zu sprechen. Und so ist diese Stimme entstanden. Und diese Stimme benutze ich halt zum Beispiel für kleine Jungs in Rollen. Hä? Warte, wie? Kannst du nochmal so reden? Ich kann die ganze Zeit so reden. Also ich hab mir das antrainiert, halt. Das ist durch das Mobbing entstanden. Halt's, Mau! Ja. Ich finde, also für mich persönlich... Halt mal die Schnauze! Oder die hat es geschafft, 40 Minuten quietschig zu reden? Nein! Nein! Niemals! Boah, die hat alles hops genommen, oder? Alles hat die hops genommen. Ja, jetzt leg dich mal fest, Cousin! Ich will erst mal die andere hören! Ich hab grad schon mal die Schnauze bekommen! Also ich klinge diese tiefere Stimme gerade noch natürliche. Ja, das sagen viele. Aber deswegen ist halt es anstrengend, auf Dauer so zu reden. Ich denke ja, so bekehrt. Nein! Ich hatte tatsächlich eine Kehlkopfentzündung und das war dann halt meine... Wie soll ich sagen? So ein Schlag in die Fresse, weil... Boah, ich bin so gespannt auf die Auflösung gleich! Ja! Ihr müsst euch vorstellen, ich konnte einen ganzen Monat nicht reden. Das war eine total depressive Zeit für mich. Und dann hat es einfach Klick gemacht. In dem Moment dachte ich mir, Alhamdulillah, wenigstens kann ich reden. Wenigstens habe ich eine Stimme. Auch wenn alle mich verurteilen. Und das habe ich in dieser Zeit realisiert. Und danach kam der große Turn, wo ich mir gesagt habe, wisst ihr was? Mir scheißegal, was irgendwer denkt. Ich ziehe mein Ding durch. Und dann kam halt der Transform, dass ich mir gedacht habe, ich will das nicht mehr. Weil das hat mich einfach selber total kaputt gemacht. Wollen wir nochmal mit? Masha'allah. Schöne Worte. Ja, würde ich auch sagen. Können wir ihr nochmal das Mikro geben, bitte? Hallo! Ich würde mal gerne noch so einen Monolog von dir hören. M-m-m-m-m-m. Könntst du einen Mann synchronisieren? Kleine Jungs muss ich öfter mal machen. Versuch mal einen Mann. Ja, aber ich klinge ja nicht wie ein Mann. Also es ist schon so beim Synchronen, dass man versucht... Einen harten Araber so versucht. Einen harten Araber? Nee, das kann ich nicht. Sie meint ja gerade kleine Jungs. Kannst du so einen kleinen Jungen mal machen? Ja, so ein kleiner Araber einfach. Sag mir einen Satz. Ich gehe heute in die Schule und... Ich gehe heute in die Schule und dann habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was ich da hätte machen sollen, weil Schule ist für kleine Mädchen. Ich bin ein Junge. Keine Ahnung. Das fliegt voll gut. Ich finde das fliegt voll gut. Doch, doch, doch. Das klang voll nach Kinder. Hä? Ich weiß, welche Kinderserie du geguckt hast. Aber ein kleiner Junge höre ich mich an. Doch, safe, safe. Die hört sich da so an. Also das ist jetzt was, wo ich durch das Kratzige teilweise bin. Aber ich glaube, die Leute denken voll oft, dass es total viel damit zu tun hat, wie... Also dass du Stimmen nachmachen kannst. Aber in der Regel ist es ja so, dass quasi die Leute, die Filme besetzen oder Serien, dass die ja eher darauf gucken, was für eine Stimme hat die Figur und welche Schauspielerin, welche Sprecherin könnte darauf passen. Und dann werden irgendwie fünf, sechs... Genau das ist das. Was ist das? Diese, die im Kopf, die macht die ganze Zeit Stimmen nach, die du schon mal gehört hast. Oder dieser Morty. Aber das, genau das ist das. Du musst ja die Stimmen an die Figuren anpassen. Und das hat mir gefehlt, dass das jemand erklärt. Also das habe ich auch so überlegt, aber die hat es erwähnt. Als Einzige. Sprecherinnen jetzt in meinem Fall dann eingeladen und müssen dann eine Szene schon mal sprechen. Was war deine höchste Gage, die du bekommen hast? Ich kann aber nicht wirklich über das Geld reden. Du musst ja nicht sagen, wofür es war. Ne, trotzdem. Ich habe eine Grundgage und eine Take-Gage. Also Grundgage ist irgendwie für die rechte Abtretung. Und je nachdem, wenn du halt drei Takes hast, wenn du aber 300 Takes hast, ist dann aufgeteilt sozusagen auf verschiedene Wochen. Also zum Beispiel eine Serie kommt dann immer wieder in Blöcken. Wenn halt neue Folgen rauskommen. Und du kannst davon leben? Ich kann gut davon leben, ja. Zahlst du deine Steuern auch? Ich zahle auch meine Steuern. Was steht dann auf deinem Gewerbeschein als Job? Ne, ich habe ja kein Gewerbe. Ich bin keine Kleinunternehmerin. Ich bin Freiberuflerin. Ich bin da ja so über Schauspiel reingerutscht quasi. Okay, das war schon ein mieser Punkt. Aber die Frage ist halt, ist sie jetzt Synchronsprecherin oder nicht? Bruder, ich will noch irgendwas von ihr hören, was uns richtig vom Hocker hat. Guck mal, ich fand ihre Stimmen authentisch. Ich fand das, was sie gerade angesprochen hat, bezüglich Synchronsprecherstimmen, dass wir ein falsches Bild haben, fand ich auch sehr authentisch. Weil wir haben ja keine Ahnung von dem Bereich, aber sie hat uns gerade so ein bisschen aufgeklärt. Und bei ihr war halt so der Punkt Gännchen, Deutsch, weiß nicht, habe ich noch nicht gehört. Sie ist Crossplayer, Cosplayer. Genau, ich glaube, dass sie so Twitch-Streamerin ist oder so. Und gleich bei der Auflösung sagt sie, checkt mein Twitter ab. Aber mir ist noch was eingefallen. Vor drei Stunden, als ihr gefragt habt, irgendwas Erwachsenes. Kennt ihr Elite? Ja. Kayetana? Sprech mal. Naja, also die redet so, wie ich jetzt rede. Also da habe ich meine Stimme nicht verstellt. Das meine ich eben, dass die Sachen jetzt nicht... Also ich mache schon auch so zum Beispiel eben Zeichentrick, da verstellt man dann die Stimme. Ich gucke nie Serien, ne? Aber ich habe vor einem Monat wirklich dieses Elite-Stuff, habe ich mir irgendwie reingezogen. Und das klingt gerade sehr nach Dings. Welche Staffel hast du mitgemacht? Also jetzt, ich glaube ab Staffel zwei oder drei kamen die dazu. Wer war das nochmal? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Die kommt ja an diese Elite-Schule und sie ist eigentlich die Tochter einer Putzfrau und gibt sich dann aber als Hitch-Kid aus. Oh mein Gott, ja. Doch, das ist sie. Das ist sie Sayi. Kann sie noch einmal was Anime-mäßiges machen? Zum Beispiel Pokémon. Wie Pokémon? Ja, verschiedene Pokémon. Mach mal Pokémon, mach mal Pokémon. Also ich war so ein fettes Kürbis-Pokémon. Irbis, glaube ich. Irbis? Und dann muss man... Kürbis-Pokémon? Irbis. Irbis? Ja. Wie Irbis? Das Pokémon hieß Irbis. Nein. Kürbis. Kürbis-Pokémon. Aber Pokémon heißt Irbis. Ah, diese. Irbis-Pokémon. Hier. Das ist neu. Das ist das Pokémon hier. Kenn ich ja nicht. Bisschen neue Generation. So. Mal so... Angreifen. Ja. Aus marokkanischen Pokémon. Ein fetter Kürbis. Ich kenn keinen fetten Kürbis. Der hieß Pumpchin. Der war von Team Rocket. Einmal den Pokémon. Zum Beispiel... Irbis. Und dann sagt die Regie... Na, der ist schon ein bisschen wütender noch. Dann machst du... Irbis-Bis-Bis. Und es ist immer gut, dass man einen nicht sieht im Studio. Vor der Dippe immer bis hinterm Mikro. Kennst du Pikachu? Pikachu war ich nicht. Das war die gleiche Stimme... Das weiß ich sogar, wer das war. Das ist die gleiche Stimme wie Lisa Simpson. Und dann haben sie aber wieder den japanischen genommen. Weißt du, wer Bart Simpson gesprochen hat? Ja, Sandra Spitt. Oh, stark. Seid ihr auch irgendwie connected? Ja, so schon. Habt ihr so Snapchat-Flammen oder so? Also in München sind wir schon auch in einer Clique gewesen viel. Und jetzt in Berlin sind es noch mal mehr. Aber man kennt sich schon, doch. Man macht immer Events oder am Ende von einer Staffel oder so. Man lässt Lasertaggen. Okay, weißt du, wir... Aber bevor wir uns entscheiden, würde ich gerne rechts noch mal hören, weil du hast bis jetzt noch nichts eingesprochen. Deswegen würde ich sagen, geben wir ihr auch noch mal kurz einen Text. Ja, ja. Und dann lassen wir sie auch noch mal sprechen. Ja, ja, klar. Du schuldest mir eine Antwort. Das kannst du nicht so stehen lassen. Ich... Ich habe alles für dich getan. Alles! Du warst alles für mich. Was soll ich ohne dich tun? Du bringst mich zu dem Punkt, wo ich nie mehr sein wollte. An die dunkelsten Orte meines Verstandes. Danke. Ich muss sagen, heftig. Das war halt wirklich auch krass. Das klingt wie aus einer Serie. Die macht das. Die macht das nach ihm. Aber noch nicht professionell. Was unterscheidet sie jetzt von ihr? Digger, nur das Fachwissen, denke ich, ja. Sie hat auch Fachwissen, weil sie hat ein paar Mal genickt, wo sie was erzählt hat. Naja, das machen auch viele einfach so. Habe ich im Unterricht immer gemacht. Das macht San Andreas immer. Egal was du sagst, der nickt immer. Der nickt immer. Der nickt den ganzen Tag, Bruder. Der ganze Tag. Colin erklärt die Challenge. Der nickt. Ja, die ganze Zeit, Bruder. Ja, aber ich sag, ich sag die. Ich sag auch. Also, du machst es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und ich denke auch vielleicht... So, was sagst du? Ich bleib dabei. Ich bleib auch. Also, ich bin sie auch. Denkst du, es könnte sie sein? Guck mal. Ja, ja. Bruder, die redet... Ach, das ist schwer, ja. Was denn? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub immer noch was in diesem Kopftuch, aber die redet so viel, weil die... Die hat geredet wie ein Löwe, ne? Genau. Wie ein Löwe. Die weiß einfach so viel. Die sagt über Sachen, die einfach keiner da geredet hat. Ja, Fachwissen. Ja, ja. Also, sag was du auch. Ja. Ich bin's nicht. Ah, okay, okay, okay. Ich bin's leider auch nicht, Mann. Alles gut. Alles gut. Wut vor... Ah, halt. Ja, ja. Passiert, ne? Tut mir leid, Freunde. Ich bin's auch nicht. Das ist sie. Nein. Also, ich bin's nicht. Was? 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 Nein. Nein. Ich bin's nicht. Nein. Ich bin's. Nein! Halt deine Fresse! Halt deine Schnauze! Halt mal die Fresse! Boah! Was laberst du? Was? Bruder, die hat alle hops genommen. Die hat einfach alle hops genommen, Bruder. Boah, da bin ich in Schock. Die haben mich komplett vercheckt, ne? Die ist einfach kurz... Die ist einfach kurz... Die hat die vergessen, Wallah. Oh, was? Krank. Bruder, das ist krank. Krass. Hätte ich niemals mit gerechnet. Hätte ich niemals mit gerechnet. Die hat einfach die drei in der Jury verarscht und die hat einfach uns drei hier verarscht, Alter. Ey, mach mal bitte den Emo-Chat aus und sag mal bitte, Chat, ob ihr das erwartet hättet. Wollah, niemals. Niemals. Denkst du, das stimmt? Warte mal, das muss doch ne Auflesung haben. Ein Plot-Twist. Nein! Was? Nein! Was? Was soll die Scheiße machen? Ja, Junge! Was soll das? Ich darf schon. Hey, wir haben uns das anders zusammen. Wie lustig du bist. Hör dir nach, Alter. Junge, was soll das? Ey, was soll die Scheiße, Digga? Alter! Junge! Egal, ich lage richtig. Wir lagen richtig. Ja, wir lagen richtig. Wollah. Stark. Ja, sehr stark. Du jetzt. Naja. 50-50. Ey, ich muss sagen, gut, wir lagen richtig. Und das war mit Abstand einer der lustigsten Folgen und so die unterhaltsamste von den letzten. Ja, das war sehr schwer. Ja, wollah. So, die letzte Folge, die ich geguckt habe, war Erkennen den Weißen und Politiker. Fand ich auch sehr krass. Und das war vom Niveau wieder richtig krass, Bruder. War richtig geil.